Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Vektoraddition. Ihr seht hier drei Punkte, das heißt wir haben zwei Parallelverschiebungen. Es geht einmal vom Punkt A nach A' und einmal dann noch weiter von A' nach A'. Und ihr seht schon, die Koordinaten der Vektoren, die man zur Parallelverschiebung dabei jeweils braucht, habe ich bereits hingeschrieben durch Kästchenzählen, man hätte das Ganze auch berechnen können. Was da jetzt eine Vektoraddition ist und wie man eben diese Parallelverschiebungen durch eine versetzen kann, das werde ich euch jetzt zeigen. Vektoraddition heißt in dem Fall, dass in den einen Vektor, also an die eine Parallelverschiebung, eine zweite direkt angesetzt wurde. Und jetzt ist es natürlich so, wir wollen nie Umwege gehen, wir wollen eigentlich direkt gehen. Und das ist ja die Frage dabei, wie kommt man vom Punkt A direkt nach A'. Grafisch ist das ziemlich leicht zu lösen. Man kommt natürlich dahin, indem man direkt von A nach A' parallel verschiebt. Auch vom Vektor her sollte das keine große Schwierigkeit sein. Wie finden wir jetzt raus, wie die Parallelverschiebung über diesen Pfeil, über diesen roten Pfeil lautet? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Längeneinheiten nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5,5 Längeneinheiten nach oben. Das heißt, der passende Vektor dazu lautet V, 6, 5, 5. Jetzt möchte ich aber behaupten, dass wir diesen Vektor V auch berechnen können. Und das geht tatsächlich relativ einfach. Denn schauen wir uns mal an, was das hier für Vektoren sind. Die x-Koordinate hier und die x-Koordinate des zweiten Vektors, die ergeben doch exakt die 6. Und die y-Koordinate dieses Vektors und die y-Koordinate dieses Vektors ergeben auch exakt die y-Koordinate des direkten, zusammengefassten Vektors. Und wenn wir uns das grafisch anschauen wollen, ist es ja auch klar, ich muss ja von hier bis darüber. Bis zu dem Abschnitt ist es ja die x-Koordinate des grünen Vektors, also von Vektor 1. Und ab dieser Stelle ist es der Vektor oder die x-Koordinate des blauen Vektors, des zweiten Vektors. Also 1 für die x-Koordinate des ersten und 5 für die x-Koordinate des zweiten Vektors. Nach oben geht es natürlich genauso. Zuerst die y-Koordinate des ersten Vektors, das waren hier 4, 4 nach oben und dann nochmal 1,5 nach oben. 1,5 dazu. Das heißt, wenn ich das berechnen will, hätte ich einfach ohne Zeichnung 1 plus 5 rechnen müssen und 4 plus 1,5. Wenn also zwei Vektoren hintereinander ausgeführt werden, kann ich das auch ersetzen, indem ich die x-Koordinaten addiere und die y-Koordinaten addiere. Das hier ist die Addition der Koordinaten. Wenn ich das aber hinschreiben will, wie ich eben Vektoren addiere, dann muss ich das so schreiben. Der Unterschied ist, wenn ich Vektoren addiere, muss ich das in einem besonderen Zeichen schreiben. Das ist das Zeichen für die Vektoraddition. Wenn ich aber bereits die Koordinaten addiere innerhalb der Klammern, dann darf ich diesen Kreis weglassen. Ganz allgemein, die Addition der Vektoren erfolgt durch eben diese Schreibweise. Der erste Vektor mit den Koordinaten x1, y1 wird addiert mit dem zweiten Vektor x2, y2. Und die Addition der Vektorkoordinaten geht genauso, ergibt auch den zusammengefassten Vektor x1 plus x2, y1 plus y2. Da muss ich den Kringel dann nicht machen. Den mache ich nur, wenn ich eben die Vektoren direkt und nicht die Koordinaten addiere. Wir haben also heute gelernt, dass man Parallelverschiebungen hintereinander durch eine ersetzen kann. Also nicht nur diese zwei kann man ersetzen, sondern wenn es drei oder vier Parallelverschiebungen hintereinander gibt, kann man auch diese durch eine ersetzen, nämlich so, dass man die Vektoren addiert. Das ist eine Vektoraddition, aufpassen bei der Schreibweise, addiert man Vektoren, kommt dieser Kringel drum rum, addiert man nur die Koordinaten, brauchen wir keinen Kringel. So wie wir es eben gerade schon gesehen haben. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß in der nächsten Stunde. Tschüss!